Das Club-Handy feiert hier auf der IFA 2019 ein Revival. Das ist hier das Nokia 2720 Flip, ein Club-Handy mit 1,3 Zoll großem vorderen Display. Hier seht ihr die Uhrzeit und die wichtigsten Benachrichtigungen und hier auf der Innenseite habt ihr das Hauptdisplay mit 2,4 Zoll. Mit diesem Handy könnt ihr die grundlegendsten Dinge tun. Hier ist KOS vorinstalliert, das heißt, ihr könnt die wichtigsten Apps wie YouTube, Google Maps, Facebook, WhatsApp und Co. nutzen. Außerdem könnt ihr hier auch Snake spielen und ihr habt hier auch Zugriff auf den Google Assistant. Per Knopfdruck einfach hier zweimal draufdrücken, hier das ist so ein extra Button, öffnet sich der Google Assistant und ihr könnt euren Sprachbefehl sagen. Eine ziemlich coole Neuerung bei diesem Club-Handy ist, dass der Akku austauschbar ist. Das habe ich euch hier mal vorbereitet. Ihr habt hier eine Plastikrückseite, die ihr ganz einfach entfernen könnt und dann könnt ihr diesen Akku einfach austauschen. Braucht ihr vielleicht aber gar nicht, denn das Nokia 2720 Flip hält 28 Tage lang. Das Handy ist schon in diesem Monat noch verfügbar und zwar für ungefähr 90 Euro.